hey leute was geht willkommen zu einem neuen video wir spielen heute rocket league mit dabei ist der liebe ice man und jetzt wird wieder wild umhergefahren besser spielen oder das jetzt werden wir wieder ein paar leute zerstört ihr weißt doch ich bin auch der typ der mit dem boost oh fuck ich bin am ball vorbeigesprungen nice der sonne schön er war saftig gut gemacht hat 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 er gut gemacht und das geht in unsere richtung ich mache jetzt nicht das gleiche hatte ich nicht vor das ist aber gar keiner drin ja mann verkackt wir spielen hier rumble oder was ja ich bin rumble ohne rumble ist halt echt so ne leute wenn ihr wollt dass ich wieder mit facecam aufnehme dann schreibt doch einfach mal einen kommentar mit ja oder nein ich brauche den ball ich brauche ich nein ich habe spikes ich habe spikes ja nein ach komm er hat weggetreten habe ich habe ich ja 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 nice nice der deppende geist Oh, ich bin ein bisschen weit weg für den Ariel Junge, komm mal her, ich will den Ball haben, danke Oh nein Oh Gib Gas Gib Gas Oh nein Daneben Ja Hey Nein Ich hätte nur noch den Boxer entschuldigt, hätte mir da jetzt auch nicht mehr geholfen Ja Oh Mann Komm, spieß ihn auf Spieß ihn auf Hab ich Ja, Entschuldigung Ich werde den scheiß Kumpel Keine Ahnung, mich würde interessieren, wer diesen Scheiß Schuh hat, Schwede, Alter Oh, alter Schwede Das war, wie heißt das beim Wrestling GF Kein, äh, AKO oder Ich hab voll auf ihn drauf gelandet Nice Und dann mit dieser Godfist Oh Den Farbfilm vergessen Mein Michael Das ist Michael Oh nein Oh nein Der geht wieder zurück Der Ball Alter, was dir abgeht, alter gerade Hallo Oh Oh, da kommt er an mit der Iron Fist Nein 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 Alter, was geht das? Nein Hast du ihn gerade weggeboxt, während der Nein, hab ich nicht Oh Junge, so kommt man auch nicht voran Nee, wirklich, nee Direkt so einfach geboxt wurde und gedreht Ich hab die Iron Fist Ich hab die Iron Fist Nein, ich hab die Iron Fist Nein, ich hab die Iron Fist Ich hab ihn weggehauen, alter Sauber Boxerhandschuhe vor so hin, ne? Ich hab endlich viel Spitz Iron Fist Ich hab ihn jetzt doch stört Ja, ich weiß Guckt's dir an Ja, ich hatte keinen Boost Also nicht mehr Bam Boom Boom Ah Boom Big Shack Big Shack Man's never hot Skisk Skisk Bop 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 Skrii Bop 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 Boom Gep Ich hab hier Verlängerung Skiski skiski skiska Tiger? Starart- Ja Ha 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 Oh Gott Oh, ich hab den Enter Haken Oh, ich hab gerade den Speed bekommen, Alter Ich hab mich gerade weggebotzt Geboxt Hab ich gemerkt, bin in die Ehe geflogen Achso, Leute Nein, what the fuck Nein Nein Echt Oh mein Gott So, da sind wir wieder mit am Start Diesmal ist mit dabei der Master Chief noch Hallo So Diesmal machen wir kein Rumble So Nein, ich hab den haben können Ich hab legit gerade nichts getan, Alter Weil ich die ganze Zeit aufpassen wollte Da wollte ich mir einen Booster nehmen und dann kommt sowas Erstmal Flame Ich bleib im Tor stehen Ich drehe mich gerade auf den Kopf erstmal Ja, irgendwie Booster ist immer ganz geil, irgendwie Oh, leu Das hab ich jetzt nicht gesehen, Iceman, okay? Das hab ich jetzt nicht gesehen Naja, war ja dein Tor, ne? Schönes Ding So, ich bleib hinten Oh fuck Oh fuck Nein Nein Ich bin wieder so richtig am, am still hier Oh nein, unten durch natürlich, weil, wie immer, ne? Ich bin immer unten durch, weißt du, ja? Bei jedem und bei allen Ja, Mann Außer bei dir, Leno Bei dir bin ich, bin ich nie unten durch Oh, ich hab mir rausgeholt, ich bin richtig geil Oh, schade Nein Was hast du getan, Master Chief? Was hast du getan? Was hast du getan? Das wäre so safe gewesen Ich hab keinen gesehen von euch, deswegen dachte ich, ich hab freie Bahn Du bist doch von hinten gekommen Ich verratete, was ich gesehen habe Was? Ich hab keinen Boost gehabt Mann Sorry, Master Oh, da könnte Ah, der geht nicht Nein Ja, die Oh lol Nicht so schlimm Oh, ich werd geklärt Gebummt Gebummt? Jo Ah fuck Läuft nicht so, ne? Ach nee Egal, erste Runde Zu dritt Wir haben uns gerade alle drei weggeräumt Ich bin vorbeigefahren Geil Kennt man ja nicht anders, ne? Au Ja, ich hab keinen Boost Jetzt Kommt er runter Kommt er runter Kommt er runter Nein Er ist verkackt Der Moment wird einfach kein Boost, das in die Vorwehr kommt Und hat vorbeigeflogen Ja So, GG auf jeden Fall Danke Leute fürs Zuschauen Ich hoffe, euch hat der Part gefallen Lasst einen Kommentar Lasst eine Bewertung da Und Wir sehen uns beim nächsten Video Haut rein Ciao